Heute sind wir zu Gast bei Birkensee Natursteine in Lappersdorf. In diesem familiengeführten Handwerksbetrieb werden Natursteinprodukte individuell nach Kundenwünschen gefertigt. Im Sortiment finden sich besonders ausgefallene Platten aus aller Welt. Wir kaufen die Materialien in Italien. Das sind große Sägereien, die die Materialien aus der ganzen Welt verarbeiten und für uns dann die Platten in den Stärken und in den Größen produzieren. Zum Beispiel Indien, Amerika, Südafrika. Heute steht eine schwarze Küchenarbeitsplatte auf dem Produktionsplan. Das Aufmaß der Küche ist bereits erfolgt und ein mit CAD-Programm erstellter Plan liegt auch schon vor. Der Fertigungsprozess beginnt auf dem Sägetisch. Mit Hilfe von Laserstrahlen ist äußerte Präzision beim Zuschneiden gewährleistet. Danach werden die Kanten geschliffen. Als nächstes wird der Ausschnitt für die Spüle passgenau gefräst. Dann erfolgt das Bohren der Löcher für den Wasserhahn. Eine Imprägnierung sorgt für bessere Widerstandsfähigkeit des Steins. Jetzt geht es bei der Montage weiter. Die Küche dieser Kundin ist besonders verwinkelt. Das erschwert zwar den Einbau, aber das Birkenseer-Team hat alles fest im Griff. Nun werden die Abschlussleisten angeklebt und die Fugen ausgespritzt. Als letztes erfolgt der Einbau der Armaturen. Der Kundin gefällt das Ergebnis. Ich freue mich, mich die Platte zu benutzen und die ganze Küche. Freut mich auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Widerschall. Danke. Bei dieser Küchenmontage heute hat es mich ganz besonders gefreut, dass das so gut funktioniert hat und dass die Kunden mit unserer Arbeit sehr zufrieden waren. Das Besondere, was wir auch machen, sind Küchenplatten, die optisch 6 cm stark sind, allerdings aus 2 cm Platten verklebt werden. Wir fertigen die Küchenplatten so, dass praktisch die Verklebung an der 6 cm Blende nicht sichtbar ist. Das heißt, es ausschaut optisch, als wäre es eine 6 cm Massivplatte. Wir produzieren jetzt seit ca. 20 Jahren Küchenarbeitsplatten aus Naturstein. Und es werden allgemein in Deutschland immer mehr Küchenarbeitsplatten aus Naturstein gefertigt. Und vielleicht, wer weiß, auch bald Ihre. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020